Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play VW Legion, wir leveln mit der Schuhgurke. Und was hat der Boy vergessen? Hä, so ziemlich alles. Kein Pet draußen, keine Stoppuhr. Junge, 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 wir kommen ganz schön in Verzug. Ne Freunde, das ist so, wenn man älter wird, man vergisst alles. Ne, wie man heißt, wo man wohnt, wie spät es ist, dass die Stoppuhr nicht anlässt, ist es ganz traurig. Wir haben Post. Oh, den Bengepost hier, Junge. Uh, was seid ihr denn? Ihr seht aber auch wieder sehr schick aus, ne, so die Tierchen. Ich würde aber sagen, Freunde, wir haben heute einiges zu tun. Grüße gehen schon mal raus an die Boys und Girls, die hier nice was gerietet haben. Aber, ihr wisst, Freunde, wir sind piratenmäßig unterwegs. Da war noch die Lösung zu den Rätseln dabei. Aktive Herr der Ringe, Freunde, haben sie letztes Mal schon geschrieben. Grüße gehen raus an GV an dieser Stelle. Insofern, ja, machen wir jetzt erstmal feinste Piraterie. Ja, sonst kommen wir ja wieder nicht voran. Meine Güte, man kann es auch wieder nicht allen recht machen, vor allem nicht mir. Es ist ganz traurig. Und dann schauen wir, ob wir den nächsten Part so anfangen oder diesen mit der Post beenden. Oder so einfach ist es, Freunde. Die Woche, wo dieser Part kommt, sowieso alles ein bisschen durcheinander. Sowieso alles ein bisschen pausierter, ne. Im Idealfall gibt es auch noch das ein oder andere interessante Stream-Event momentan. Aber darauf will ich gar nicht viel zu sagen, ne. Aber diese Woche könnte ja durchaus, ja, für das ein oder andere erhitzte Gemüt, was es durchaus immer Upload und Stream-Pläne aktiv verfolgen tut. Also der eine Boy unter den fast 20k mittlerweile, ne, der das aktiv tut, dem ist vielleicht das ein oder andere aufgefallen. Aber ich hoffe, ich habe, obwohl ich überwiegend abwesend bin, soweit alles halbwegs gemanagt bekommen, ne. Dass ihr auch so ein bisschen was zu Kuki-Kuki mit die Auge habt, ne. Wir kennen das ja ganz genau. Viele haben sich auch wiedererkannt in meinen letzten, vorletzten, irgendwann neulichen. Ja, bis neulich, sagt Volker Piesposs ja immer so schön. Shoutout ans deutsche Kabarett, ne. Sieber Piesposs schaue ich mir sehr gern an. Und haben sich viele wiedererkannt. Ne. In meinem, viele nannten es Menschenhassersuff. Ja, ist von einigen auch der Lieblingssuff gewesen, laut Eigenaussage. Ich differenziere da gar nicht, ne. Es passieren einfach die verschiedensten Sachen. Es ist einfach immer wieder nur schön. Und viele haben auch geschrieben, ja, du, ich benutze auch gar kein Facebook und so mehr, ne. Ich brauche das auch gar nicht. Ist eigentlich auch, ist eigentlich, ja, ist das krass, kann man nicht sagen, ist das krass. Nein, das ist halt ungewohnt, ne. Gerade so ein Zeug wie WhatsApp, Facebook, das sind ja so fast mittlerweile Standards auch unserer Generation. Ne, bei meinem Vater war es so, ich erzähle die Geschichte immer gern. Und das war der Einzige in seiner ganzen Firma, der sich verweigert hat, quasi WhatsApp auf sein Firmenhandy zu laden. Warum? Handwerksbetrieb, ne. Und wenn es da mal abgeht, dann wird natürlich schnell die Verantwortung für eine Baustelle, für eine Bauverzögerung, bla, 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 schnell abgewälzt. Ne, dann kannst du bei WhatsApp schreiben. Und dann wird das noch als gelesen markiert oder so. Und dann weißt du, ja, du, das Problem hat jetzt der, ne. Der hat das jetzt gelesen, so und so, bla, 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 hin und her. Ist jetzt nicht mehr mein Problem, muss der sich drum kümmern, ne. Und bei meinem Vater in Chefposition musstest du immer anrufen. So, Freunde, nun wissen wir, ja, so ein Anruf ist immer was anderes. Ne, versuch dann mal wem anders Problem aufzuschwatzen, ne. Das ist ja, ist ja dann immer was anderes. Und darum, ne, letztendlich, Vater, musst du sich nicht mit rumschlagen, weil weniger Leute haben logischerweise angerufen, weil sie wussten, sie werden das Problem spontan nicht los, ne, oder kriegen noch einen anderen Lösungsansatz serviert oder so. Blöd gelaufen. So, jetzt hat das auf dem Handy, ne. Jetzt musst du das wirklich drauf machen. Jetzt ist von der Firma vorgeschrieben, ne, Zweckskommunikation, bla, 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 hat das jetzt doch. Ne, hat das jetzt doch, Freunde. Ne, so, sehen wir mal, ne. Von wegen, ja, Media und Kommunikation und so, alles einwandfrei, alles toll und die Betriebe, ach, Junge, herrlich, ne. Im Endeffekt in manchen Positionen kotzt du. In manchen Positionen kotzt du auch, oder wir kennen es auch vom Urlaub, ne, heutzutage, man muss immer erreichbar sein. Warum? Weil man immer erreichbar sein kann über Social Media, Smartphones, whatever. Insofern ruft dich dein Chef vielleicht an, liegst du gerade am Strand in Ägypten oder so, ne. Es ist wirklich, es hat auch seine Schattenseiten, natürlich, ne. Deswegen finde ich das, ja, was heißt mutig, ne. Ich finde es durchaus interessant, den Schritt zu wagen und zu sagen, so, ich brauche und will das alles nicht. Oder nächstes Beispiel ist unser, wow, du bist ein Leutnant und den brauche ich auch. Ja gut, machen wir erstmal den Scharfschützen kaputt hier, ne. So, triffst du auch, oder? Ne, die legt nur über den Pfeil wieder neu an, ne. Denkt merkt keiner, mein, oh, hat sie, hat sie gehört, hört das ganz genau, ne. Hier, ich bin's, der Flüsterer hinter dir, war auch bei unserem guten Morell so zum Beispiel, ne. Der gute Mann studiert Informatik, das heißt, der ist sowieso so ein bisschen, so ein bisschen Insidermäßig unterwegs. Ich meine, es ist jetzt gerade auch nach den ganzen neueren Skandalen, in Anführungsstrichen, dass Facebook, WhatsApp und Co. Daten verkaufen und verlieren und hin und her, blabliblub, dass wir alle gläsern sind, ne. Oh mein Gott, was, das gibt's doch nicht. Ist das sowieso nochmal ein bisschen anders, aber der war schon ganz am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen trickier unterwegs. Er hat gesagt, ne, ich mach das nicht, hatte ewig kein WhatsApp, ewig nicht, ne, ewig nicht. Und dann auch auf einmal, ich will jetzt nicht sagen, er hängt vielleicht auch mit seiner Freundin zusammen, lull, ne. Aber manchmal kommen dann doch Gründe in dein Leben gestolpert, zack hast du es, ne. Zack hast du es. Ja, sonst auch immer, ne, brauche ich nicht, will ich nicht, ich will ihn ja auch mal sagen, er hat sein gutes Recht, ne, sein gutes Recht. Hat ja, flat und SMS schreiben kann man auch, blabliblub, was man so immer argumentiert, Freunde, wir kennen das, ne. Und dann auf einmal doch am Start, zack, ne, so. So, so schnell geht's. Hat jetzt auch seit Jahren in seiner WhatsApp-Status-Notiz, fickt euch, ich hab jetzt WhatsApp stehen, ne, also er lebt immer noch den hassenden Lifestyle. Hasser werden hassen, das wissen wir auch, aber man entkommt nicht, so hat man das Gefühl. Das wollte ich jetzt damit sagen, ne, man hat so das Gefühl, man entkommt nicht. Da kannst du Boy noch und nöcher sein mit Insider-Infos und, äh, mit, mit, es wirklich besser wissen, ja, dass da auch nicht alles mit, äh, rechten Dingen zugeht. Ja, lol, WhatsApp ist gratis, klar, börsennotierter US-Konzern, ne, äh, klar, ist alles gratis, ne, die schenken einem doch ständig Sachen, so, alles, oder? Ich sag, klar, natürlich, wir wollen doch keinen Gewinn erzielen oder so, wo leben wir denn im Kapitalismus? Haha. Ja, wir sind alle am Arsch, ne, aber davon abgesehen, man entkommt ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr, ne, man ist diesem ganzen Mediennetzwerk irgendwann ausgeliefert. Also klar, du kannst es machen hier, äh, ich erinnere an diese schöne Dokumentation Mensch-Gottfried, ne, mit diesem autarken Selbsternährer und so weiter, äh, der immer ausflippt, wenn er sieht, wie niedriges Grundwasser bei ihm geworden ist und so ein Kram. Aber, was müssen wir hier machen? Achso, vermint, ja, das war unten, ne, müssen wir tauchen bestimmt. Wir schauen mal, ob wir hier so einfach die Minen platzieren können, mal schauen. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich meine, vom Bauplan war es hier unten irgendwo, ne, am Kiel hat er, glaube ich, gesagt, ich weiß es nicht. Oder müssen wir rein ins Schiff, kann auch sein. Tauchquest, schwierig. Oder kann ich es einfach hier am Teil des Rumpfs, ist doch hier, den dünnsten Teil des Rumpfs. Was ist denn, Digga, das find ich doch niemals. Hier, ja, gut, never hab ich's gefunden, das ist unauffindbar. Ne, man entkommt nicht, ist wirklich wie so ein Spinnennetz, weißt du, wirklich, oh, wir sollten uns auch langsam verpissen hier, ne, so, mal sehen. So, Offiziere sind tot, yay, Explosion, ja, boom, wow, was eine Riesenmine, oder? Das Ding wird nie wieder fahren können, holy shit, Munitionsvorräte zerstören, machen wir auch noch. Und deswegen find ich's krass, wenn Leute wirklich auch sagen, ich steig da aus, weil man ist, man ist wirklich raus aus etwas. Ja, man ist wirklich raus aus etwas, und sei es nur aus dem Medienrummel, aber aus etwas, was in unserer Gesellschaft mittlerweile fast als normal geht, als konform. Nun ist die nächste Frage, wie viele von uns auch sowas sowieso einen Fick geben. In dem Moment, mein guter Freund, ne, wo du hier dieses WoW-Let's Play schaust, ist jetzt die Frage, inwieweit du sowieso einen Fick gibst, was grad die alte Tante gegenüber in der S-Bahn von dir denkt, oder so. Ja, das ist sowieso die nächste Frage, ob man nicht auch über dieses Level ab einem bestimmten Punkt sowieso drüber hinweg sein sollte. Aber, es ist schon komisch, oder? Es ist wirklich schon komisch. Ja, also wir sitzen mittlerweile auch am Tisch, äh, Familienintern, was weiß ich, und es werden sich Altersgruppen übergreifen. Hast du mir grad das Quest item geklaut, Junge, ich raste aus, wirklich. Es werden Altersklassen übergreifen Videos auf Facebook gezeigt, das wird sich unter lustigen Bildern markiert und so weiter, ne. So, und jetzt bist du da raus, ja, dann sitzt du da, so. Und die einzige Diskussion, die du dann logischerweise an die Backe geheftet bekommst, ja, die ist dann, äh, natürlich, äh, warum hast du das nicht? Äh, hast du das und das schon gesehen? Nein, kann ich nicht, will ich nicht. Und in dem Moment ist man ja auch raus aus diesem Gesellschaftsteil irgendwie. Also, du wirst jetzt nicht enterbt und wirst auch nicht aus deiner Familie, oder wenn du mit wem essen bist, oder warum auch immer, natürlich nicht rausgeschmissen, ja. Und wirst auch nie mit Kot beworfen, oder was weiß ich, aber man fällt, oder man nimmt sich ja selbst in dem Moment aus dieser Gruppe raus, die ja ganz groß ist und das als normal ansieht. Ja, das muss man so sagen. Ich nehm mich da by the way selber auch nicht raus. Könnte ich auch gar nicht, ne, mit meinem ganzen YouTube-Twitch-Kam, Freunde, könnte ich gar nicht davon, selbst wenn ich wollte. Ich könnte gar nicht. Ich muss auch erreichbar sein, ne. Wenn ich euch nicht schnell noch auf Facebook antworte, verliere ich meinen coolen Button, ne, wo steht, antwortet in der Regel innerhalb weniger Stunden. Boah, wäre total unfancy, wenn ich den verlieren würde, ne. Das heißt, wir kriegen mit, muss man sich geben, nächster Punkt. Wir kriegen mittlerweile Auszeichnungen dafür, wie schnell wir erreichbar sind, wie, wie, wisst ihr, wie leicht quasi mit uns kommuniziert werden kann. Ah, Freunde, weiß ich manchmal nicht, ob das alles die richtigen Schritte sind, aber wir gehen den Weg, das ist ja das Ding. Wir gehen den Weg. Also, manch einer kann abbiegen, aber es ist trotzdem immer noch derselbe Weg, wisst ihr, weil du kommst ja nicht raus. Du kannst ja jetzt nicht spontan die ganze Menschheit irgendwie überzeugen, ne, es sei denn, irgendeine Alienrasse greift jetzt an, dann haben wir andere Probleme als Facebook-Updates und lustige markierte Bilder, ne. Aber an und für sich ist das schon auch eine teilweise bedenkliche Entwicklung, ne. Deswegen bin ich um jedem Hans-Wurst dankbar, der immer sagt, ja, Mensch, du, das ist aber wirklich eine bedenkliche Entwicklung, ne. Deswegen habe ich auch Kabarett am Anfang angeschnitten, weil ich die Kollegen auch permanent in meiner Rübe rumtanzen habe, davon abgesehen, ne. Und ich glaube, ich glaube, wir wissen es auch, ne. Das Ding ist, es juckt uns gar nicht, Freunde, ne. Uns geht es ja gut, ist doch kein Problem. Kühlschrank ist voll oder abends schön runde Zocken, schön Streamchen oder so, ist doch auch toll, uns geht es ja gut, machen wir keine Gedanken, ne. Wir wissen, McDonalds ist auch scheiße, Junge, juckt uns nicht, ne. Milch ist Gift, ha, 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 uns auch egal, weißt du, so nach dem Motto. Uh, nee, 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 die moderne Welt, Freunde, ne. Sie hat auch ihre Schattenseiten, ist auch wenig überraschend jetzt, ne. Ja, wir haben es länger auch nicht angesprochen und es war jetzt gerade mal wieder in einigen Kommentarsektionen so ein bisschen Thema. Deswegen heiße ich es nochmal aufgegriffen insofern. Boah, krasser kann man die Rota nicht verkacken, ne, insofern man von der Rota sprechen kann. Wir sprechen ja von Priolisten, Freunde. Seit wann sprechen wir davon eigentlich? Seit Katar oder so? Ich weiß es gar nicht. Seit wann sprechen wir eigentlich von Priolisten? Ich glaube, Katar, ne. Ich glaube, das war 37. Das war so, als mein Hunter sein Mana verloren hat, Freunde, ne. Als der Hunter das Mana verloren hat, ne. Als die Bilder laufen lernten, als der Hunter das Mana verlor. Wir alle kennen diese tollen Geschichten, diese, diese ereignisreichen Tage, ne. Meine Fresse, wie viele Mobs sind denn hier? Wie viele Halsabschneider gibt's denn hier? Ja, meine Fresse. Ne, es ist schon, Freunde, manchmal ist es komisch, oder? Manchmal ist es komisch. Deswegen, ich finde das ganz interessant, wenn Leute wirklich sagen, ich nehme mich da ganz raus. Ich kann mir teilweise, je nachdem natürlich auch, wie tief man drin gesteckt hat, ich kann mir auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dann nicht durchaus auch negative Folgen gibt, ne. Weil, seien wir ehrlich, man verpasst ja trotzdem was. Das muss einen ja nicht immer interessieren, aber, what the fuck? Man verpasst ja trotzdem was, ne. Definitiv. Und sei es nur irgendeine Mediennachricht, die sofort retweetet wird, irgendein Bombenangriff, Ausgehverbot, was weiß ich, ne. Hast du ja auch sofort auf dem Schirm, weil es irgendwer dann auch immer weiter trägt, die News, ja. Seien es News, seien es Fake News, scheißegal, aber du kriegst es einfach in die Fresse, weißt du. Und dann kannst du ja immer noch aussortieren mit deinem Brain im Idealfall, ja, ist das jetzt gut, ist das schlecht, ist es nötig, ja, so ein bisschen die Siebe-mäßig, ich erinnere an alte Philosophie-Stunden-Ethik. Ja, es ist gut, ist es notwendig, ist es wahr und alles solche Sachen. Aber, äh, ja, Freunde, bevor wir jetzt in Philosophie und Fake News und, äh, Social Media-Expansion und was wir eh nicht alles durchgehen, ne, letztendlich. Regel Nummer eins, jeder macht seins, ne, und andersrum müssen wir auch jeden sein Süppchen köcheln lassen, ne, das ist nämlich auch das gute Recht der Leute. Ich finde es nur durchaus, äh, auch berechtigt, Bedenken zu äußern und ab und zu einfach drüber zu reden, ne, man muss ja auch nicht immer was bewirken, aber es ist ja auch manchmal wichtig, einfach Sachen auf den Schirm geworfen zu kriegen. Sag mal, du bist hier der Käpt'n, oder was? Und Käpt'n Garvey, okay, Ray Garvey, ich werde die Dolch der Maid steuern und die Ufer-Truppen selbst anführen, du sprichst hier mit deinen beiden Groupies, oder was? Hahaha, Ehrenmann, Freunde, Ehrenmann, so, schauen wir mal, ob ich das so einfach hinbekomme hier, den Fight, ich habe nämlich meine AOE-Fähigkeit clevererweise, ne, der Boy ist wieder clever am Stizzle und am Bean, habe ich ja schon gebürnt, gut, der rennt weg, das ist super, komm, verabschiede dich, jawohl, schön auf der Treppe gestorben, jetzt hier beiden Prolas noch, Mann, 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 weißt du, seine beiden Konkubinen, die muss ich jetzt wieder schlachten, wisst ihr, tolle Sache. Anstatt dir zu sagen, ja, hey, du bist jetzt der Käpt'n, ey, guck mal hier, meine Tatas, ne, ist nicht, weißt du, ist auch nicht, wisst ihr warum, weil ich nicht genug Facebook-Freunde habe, damit sie sich cool finden können von den Likes, wenn ich sie markiere, war ich sehr blöd gelaufen, so ist er dann. Küchenchef, das ist mir, könnte ich den beklauen, vielleicht droppt der was cooles, Südmeerpiraten, warum sind die Küchenchefs eigentlich immer irgendwelche runtergekommenen Bastarde, irgendwelche Murlocs oder irgendwelche ranzigen Trolleralter, die vermutlich irgendwie, weiß ich nicht, in dem Kochwasser für die Kartoffeln erstmal ihre Füße waschen oder so, muss das sein, Freunde, ich sage nein, aber ich habe ja auch keine Ahnung, ne, ich hätte es ja sogar gegen Social Media, muss man, in 2018, muss man sich mal vorstellen, Freunde, ihr macht euch keine Begriffe, wirklich nicht, ne, so. So, Hallöchen, ah, du bist hier der Toni-Zweihauer, ja, du bist hier der Saboteur, unter vier Augen, Glomp sitzt drauf, tötet Glomp, schnappt euch Glomp's Beute an, das ist der Digi hier, ne, Digi, Digi, oh yeah, der Glomp, ja, mit Piratenhut aber, oder, schön, ah, das Oga-Modell, Freunde, mal ganz ehrlich, muss auch mal aktualisiert werden, habt ihr eben die Füße gesehen, oder, guckt mal, hier die Füße, oder, ihr meinen, die Zehennägel, die sind so matschig drauf animiert, das ist nicht mal ein extra Partikel, weißt du, ach, okay, Glomp, so, wir holen uns seine Beute, mein Digga, das wird dir nicht gefallen, aber mir, und das ist, ne, darum geht es ja letztendlich auch, ja, dickes Like. Dickes Like, naja, Selfie mit Glomp's Leiche, weißt du, und dann geht's ab, Glomp, ist auch schon so ein Ogernamen, oder Glomp, das, das klingt schon so, weißt du, da weißt du direkt Bescheid, ne, will ich nicht, gebrauchter Handschut, super, droppt der Oga, hat da drauf gesessen, ne, hab, ne, muss ich, muss ich haben, Freunde, muss ich haben, so, nehmen wir noch mit hier, jawohl, Glomp sitzt drauf, okay, Gewehre, wir brauchen Gewehre, besorgt sechs schwere zwergische Gewehre, ja, Piraten, die haben ja alles, Freunde, ich würde sagen, im nächsten Part, äh, gucken wir uns diesen kristallinen Dildo an, oder was das ist, ich weiß es nicht, und checken dann hier die Gewährlieferung, machen dann den Rest da drüben noch fertig, geben fünf Millionen Quests ab und machen die Post, das ist der Plan, bis dahin, Freunde, verabschiede ich mich von euch, haut rein, hab ich echt nicht auf Play gedrückt, hab, hab ich, also ich hab neben mir auch meine Tonaufnahme, ich nehm ja separiert auf, hab jetzt meine Tonaufnahme laufen, hab ich echt bei der, oh Gott, Freunde, mit Facebook wär das nicht passiert, wisst ihr, wir sehen uns in den nächsten Parts, bis dahin, haut rein, tschau's!